Meine lieben Sportkameraden. Wir befinden uns jetzt gerade bei meinem Manager in seiner Villa und gehen jetzt pumpen wie die Hooligans und rasteln komplett aus. Haben wir uns die Bullied-Tablette noch gegeben. Aber heute ist alles scheißegal, nämlich denn wir flippen heute auf! Also meine Freunde, was ist heute geplant? Was trainieren wir heute eigentlich? Ich trainier. Also Split. Nicht Split, äh alles. Alles Tutti Kompletti. Das heißt Brust, Bauch und Bizeps, Schultern. Schnellen Schrittes, mein Mann ist unterwegs hier. Und der Herr Plautze ist pünktlich wie die Maurer, um 9 Uhr gekommen. Ach, wir waren noch Schuhe angucken im Loop. Oh, da war so eine richtig hübsche Runde. So eine richtig hübsche, ja. Und da musste Plautze wieder gleich auf Tuchführung gehen, ja. Das habe ich noch nicht gemacht, aber da war stark auf Flirtkurs gegangen, ja. Stark auf Flirtkurs. Und das wird in den nächsten Tagen dann in Angriff genommen. Dann Plautze lässt sich ja so eine Chance da nicht durch die Lappen gehen, ne. Also, in diesem Sinne, wir sind gleich im Fitnessstuhl für euch, meine lieben Fans. Und dann zeigen wir euch mal wie der Rühl, wie der richtig Pump wie der Rühl hier, ne. Micha. Ha? Ha 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 ha.